Keine Ahnung. Also Spam oder sowas. Achtung, also oben rechts! Ja, eigentlich halt schon, weil du hast die Bombe einfach hier oben oder so. Oh fuck, ich hätte hier irgen sollen. Ja, Boys, ja! Ja, Alter! Big! Fucking huge! Sehr gut, sehr gut! Irgendjemand muss die Falle nur kaputt machen. Ja. Ich Matrix und dann bist wieder hoch. Ja. Let's go. Easy Clip. Der Hawk will dich weiter spawnen, ich kann ihn hacken. Hans ist tot. Komm mal als Reinhardt raus, komm mal als Reinhardt raus, komm mal als Reinhardt raus. Ja, ja, mach ich, mach ich. Sekunde, Sekunde. Er ist direkt, siehst du, siehst du, wo er ist? Er ist direkt hier. Ich charge hier in die Tür rein. Ja, 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 ja. Perfekt, nice! T-Bank! Du hast den T-Bank vergessen. Ne. Und? Reinhardt Punkt da rein! Reinhardt Punkt! Reinhardt Punkt! Haben wir? Wir können sie weiter vom Spawn pushen. Anna ist low! Sen, 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 sen! Anna, Anna, Anna! Alter! Boah, Pato! Digga, diese Hand sind froh! Aufm Highground ist es Dunklen oder so? Ja, keine Minute. Anna ist tot, Anna ist tot! Gut. Drauf, auch hier, ich brauche hier! Ja, wir haben ja keinen Speed jetzt. Drauf, drauf, drauf! Auf die Zaya links, auf die Zaya links! Zaya is low, Zaya is low! Is actually one? Dunklen ist noch hinter uns! Wir können gewinnen, wir können gewinnen! Wir gehen los! Ich die Heide! Ich hab's nur noch ne Trunks! Ich hab jetzt noch ne Trunks! Ja, sie haben die Graf! Alter, macht der Fehlheilung! Hol die Anna, hol die Anna! Nice! Ich mein, Ash zwar irgendwo auch, aber Ash macht Helix! So bezahlen wie Scheiße! Die haben Hoggy, die haben Hoggy, die haben Hoggy! Die haben auch Reaper, die haben auch Reaper! Ich hack den Hoggy! Hoggy ist gehackt! Ist das Kordel? Ich kann halt nicht hin! Der Reaper! Er ist tot! Können wir den Papis tun? Da ist ne Anna! Ich geh mit mir hin! Reaper ist gehackt! Der hat kein Shift! Oh fuck! Nice! Oh fuck! Da ist irgendwie noch der Hanzo! Ach Quatsch! Ah, Mia! Soll ich mal das von dir wissen! Fuck! Ich hab was! Nice! Brennend was! Ich hab nichts! Loll! 60% und Recharge! Ich hab fast nen Reifen! Ich hab fast nen Reifen! Keine Bubble! Them Goats! Ich hab nen Reifen! Ich hab nen Reifen! Ich hab nen Reifen! Die Brick ist da erreicht! Ich hab ihn gebraucht! Die Spawn! Wo denn? Wo denn? Wo denn? Oh! Big Boob! Ah! Loll ist Action! Boah! Alter! Boah! 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 Alter! Boah! 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 Ich hab's alle umgebracht! Oh echt? Okay! Juuuuf! Ich hab's alle umgebracht! Honig's Heu, wenn man frisches Gras haben kann, frisches, saftiges Gras. Ich lege... ich charge auch rein. Schade, ich bin tot. Ey, ich muss nachladen, lass. Ich hätte einfach meine Mario auch rein sollen. Wenn alle Puppler schon kommt. Scheiße. Ich glaube, das ist cool nicht. Scheiße, was von mir? Flonk. Also, ich muss halt da. Also, so schwer. Jetzt kann ich hier beschützen, Reaper. Uh. Oh. Na gut, ich hab in dein Kraft geränzt. Das zähle ich. Warte, hast du Genji gespielt? Zwischendurch hab ich einmal Genji gespielt. Wobei es war gar nicht so viel in Kraft. Nein, man sieht, wie ich die anderen verkackele. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Oh, ich hab den dicksten Stuck meines Lebens getroffen. Echte Seite. Winzen, Winzen, Winzen und Mei. Okay, ich hab noch einen Reifen. Ich hab von groß. Ja, das war vielleicht ein bisschen früh. Nö, die haben jetzt Ult benutzt und können sie gleich auch... Ich werde richtig benutzen. Pff. Juhu. Was ein Mongo. Man. Warte. Ah. Oh mein Gott. Oh. Der Schuss, Alter. Holy fuck. Komm den haste, nice. Links die Mei noch. Na, Kampf bin ich nicht so effektiv. Nein. Nein. Hallo. Hey, was? Das sah ja dumm aus, Alter. Du wurdest einfach reingesogen, so richtig, wie so... Keine Ahnung. Okay, geh vor, geh vor rein. Ja. Geh vor, geh vor. Okay, nano ich. Der Drache fürcht mein Klingel. Jut. Mann. Pass auf, pass auf, jetzt schieß dich hier oben und schieß doch. Nein, nein, nein. LOL. Nein, nein. Die chattern die... Naja... Also... Geht main, glaub ich. Oder? Nein, nein. Geht auch nicht. 3 oder 10 Leute hier oben. Sind die Leute oben. Ich schädere das weg. Pfff... Ich... Jawoll, boys. Der 5-Mann-Ripchild. Let's go. Set-Junk wird, ja. Set-Junk wird, ja. Set-Junk wird, ja. Set-Junk wird, ja.